Mein Name ist Paul Innerkowler, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite nun seit zweieinhalb Jahren für die Pexis Global. Unsere Aufgabe am Standort Haldenstein ist das Verpacken von Tuben und Dosen. Ich bin Service-Monteur, sprich wir bekommen einen Rahmen hier und danach fange ich an, die Maschine von Grund auf zusammenzubauen. Ich begleite somit den mechanischen Aufbau als auch den pneumatisch und elektrischen Teil der Anlage, nehme sie teilweise mit in Betrieb, führe FAT mit dem Kunden durch und danach gehe ich international, weltweit auf Montage, stelle dort unsere Anlagen auf und gebe den Mitarbeitern vor Ort Schulungen, wie sie mit unseren Maschinen umzugehen haben. Auf den Montageeinsätzen sind wir meistens für normale Tuben und Dosenmaschinen alleine unterwegs. Wenn wir unsere Roboteranlagen für die Dosen aufstellen, sind wir aber oft als Zweier- oder Dreierteam sogar vor Ort. Zuerst bauen wir die Anlage hier in Haldenstein zusammen. Wenn sie hier in Betrieb genommen wurde, verschicken wir sie nach Rüthi zur Pexis Global. Dort wird sie dann in einer ganzen Linie mit der Pexis Global Maschine zusammengetestet und danach vom Kunden abgenommen. Ich würde allgemein den Sport als mentalen Ausgleich neben der Arbeit bezeichnen, sei es der Kampfsport oder sei es das Fitnessstudio. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man sich eine Stunde am Tag nimmt, um den Körper und den Geist auf andere Gedanken zu bringen. Benefits haben wir auch. Wir haben eine wunderbare Dachterrasse, auf der wir öfter mal mit unserer Mitarbeitergruppe zusammen grillen können am Mittag. Wir sind nicht besonders groß am Standort Haldenstein, aber das Arbeitsklima und die Größe ist für unsere Lokalität perfekt.